Vielleicht sind die ja irgendwo eingesperrt und wir haben sie nicht gefunden. Kann das sein? Ach, es kann gut sein. Ja, wir sind ja nicht weiter gegangen, vielleicht da, wo wir noch nicht waren. Sollen wir da mal hingehen? Da nach rechts? Ja, da waren wir schon. Ne, ne, hier waren wir noch nicht. Über wo die Türen auf sind, meine ich. Achso, ja. Ich dachte mal, jetzt hier so. Da geht es aber zu den Bergen, da müssen wir als nächstes hin. Ich glaube, hier ist ja noch eine Hütte. Da ist ein Creeper drin. Der ist bestimmt nett. Oder auch nicht. Ah, er will eine Umarmung. Eine Truhe mit einem Schwert, wer möchte. Äh, krass. Ja. Und hier kommen wir hoch. Schwert. Wo sind die Leute denn? Wenn sie schon... Ach, die wollen hier befreit werden und dann wissen wir nicht mal wo. Und? Gut. Ne, man kann sie nicht öffnen, aber ich nehme an, das wird im späteren Spielverlauf noch was. Irgendwas im Ofen? Ne, auch nichts. Okay, dann gehe ich mal und werde meine Seelen einsammeln, eintauschen. Stimmt, das kann man ja, genau. Wir müssen sowieso zu Viktor und ihm Bescheid zeigen, dass wir toll sind. Aber wo sind die Leute eingesperrt? Bestimmt in der Kirche oben. Das könnte sein. Ja, im Turm. Hallo, Olan. Oh mein Gott, Heaven's Shop. Oh mein Gott, ich will auch. Ich hab noch Essen hier zum... Wo seid ihr? Wir sind in den Heaven's Shop gegangen. Cool. Cool. Oh mein Gott, okay. Cool. Cool. Heftig. Langer Weg. Nein! Okay. Das ist echt gut. Also für... Ich könnte eine Diamantenrüstung kaufen, ein Teil. Helm gibt es. Boots. Also ich habe jetzt 12 von diesen Nuggets. Schwert. Nuggets? Also mit Nuggets kann man halt so Diamanten Sachen kaufen. 16 Nuggets, ein Diamantschwert und so. Achso, die Seelen sind für ihr Außen. Das ist ja lustig gemacht. Hallo. Achso, redet gerade jemand mit dem? Nee. Alter, dafür braucht man ja übelst viele Seelen. Ja. Echt mal. Berserker. Ja. Hm. Ich würde gerne das ganze Zeug, das ich nicht brauche irgendwie. Verkaufen. Die, 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 die. 16 Nuggets, Warlock. Cool. Das ist witzig. Irgendwas versteckt? Wahrscheinlich nicht. War schön gemacht eigentlich. Das ist wirklich schön gemacht. Vor allem, die haben da so eine Spirale gemacht mit den ganzen Spinnennetzern. Seid ihr wieder draußen? Richtig schön. Nein, ich kann mir nichts leisten, leider. Ja, ich eigentlich auch nicht. Also, ich könnte halt so eine Diamantrüstung kaufen, zum Teil. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob wir nicht lieber für ein Diamantschwert sparen. Ja, ne? Also, ich glaube, es ist sinnvoller, oder? Da auf der anderen Seite ist ein Knopf zum rausgehen. Achso. Victor, willst du nichts sagen? Wo sind denn die Leute? Hier. Ah, okay. Victor, wo sind die Leute? Wo müssen wir den Code eingeben? Genau da. Victor. Victor. Hallo, Victor. Sag es doch. Ich glaube, Victor hat, glaube ich, schlimme Sachen gesehen. Der ist ein bisschen dumm. Ich habe auch hier gerade eine schlimme Sache gesehen. Was ist das denn für ein Scheiß? Warum ist das denn hier? Was denn geht? Eine Schiene. Einfach so eine Schiene. Ja, vielleicht war Ryder hier. Achso. Ja, genau. Oh mein Gott. Rätsel sein oder so. Da kann man hoch. Vielleicht. Wo sind die Leute denn? Vielleicht sind sie ja später noch eingesperrt. Aber er hat es ja vorher eingesperrt. Ist das die Nebenquest? Oder? Also die Nebenquest ist, da gucken wir mal ganz kurz. Ähm. Der Farmer Rhys braucht, äh, hat Schleimprobleme. Äh. Geh zum Farmhaus. Und dann besiege die Königin, die Schleimkönigin. Mal da kurz. Hier. Bling. Das heißt, das Farmhaus. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Okay. Oh, mein, mein Schwert heißt Todeswind. Oh lala. Uh. Ja, voll hier legendär. Das heißt, er hat Bohnen gegessen. Könnte ich, würde ich dich damit einmal schlagen. Wieso? Äh, da hinten ist eine Hütte. Ah ne, da waren wir schon. Oh, hier ist nochmal unnötigerweise, aber eine Healing Potion, sehr gut. Die man nicht stacken kann. Mh. Hier ist noch ne Hose. Brauchen wir mal hier eine verzauberte Hose. Nee. Yay. Hosen. Na okay, dann gehen wir... Oder ist vielleicht da hinten, das... Muss es doch irgendwo was geben. Also... Da guck mal, da vorne ist doch noch ein Haus. Da waren wir doch nicht. Hier so... Da ist Farmhaus vielleicht. Ja, könnten wir ja mal nachgucken. Ja, das sieht auch schon wie so ein Farmhaus aus. Mit den Feldern. Ich find das sieht eher aus wie ne Ferienhütte. So am... Nein, ich find das sieht... Ziemlich sogar alles aus wie hier. Ach, da oben. Ja, da oben. Ja, das ist schon eher das heute. Das hab ich nicht gesehen. Das sieht... Extrem aus wie ein Farmhaus. Ja, das hab ich ja nicht gesehen hier. Die richtigsten Sachen. Nee, keine Ausreden. Und das Mühlenrad sieht schön aus. Schnell für die Porto abgucken. So. Hilfe, ich bin da eingespäht. Nein. Wir müssen ihm helfen. Äh, wo ist er? Oh, 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 oh. Hier sind Slimes. Äh, wo seid ihr gerade? Wir sind an der Müde. Ah, ich seh dich. Ich fahr mal zu dir. Ah, okay. Ja, ich bin direkt hinter euch. Oh, da. Klapp, 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 klapp. So. Also, es klingt ein bisschen ekelhaft, wenn das so fiel auf einmal. Ja. Oh, lauf mir doch nicht... Lauf da vor. Ah ja, aber mich nicht schützen. Danke. Das ist die Gate. Ich bin neben dir. Da oben ist ein Hebel. Soll ich ihn... Oh, ich lass ihn frei. Wir könnten... Könnten wir nicht irgendwie Brot abernten? Und Brot machen? Ja, können wir auch machen. Sonst haben wir ihn erstmal frei. Ja, okay. Wir lassen ihn fahren. Ich glaube, wir müssen hoch. Danke. Danke. Oh, süß. Na du. Kleiner. Wie immer. Wie so ein Krabbelzaunder. Der ist ja richtig... Ja. Hallo. Kommst du nicht hoch? Oh, okay. Kommst du nicht hoch, ne? Wie kann ich helfen? Ja, ja, bring... Ähm. Okay, wir brauchen ein Extrakt, um irgendjemanden... In der Königin. Ich kann sie sehen. Hm. Infestation. Okay. Zeit... Vor allem Zeitquest accepted. Ich hab's nicht akzeptiert, ne? Das ist wie in Skyrim, wo dir jeder einfach seine Probleme aufdrängt. Und dann neue Quest. Nein. Ja, dann muss man das halt machen. Naja, muss man nicht. Hey, das ist ja... Das ist so, als würde meine Mutter sagen, bring den Müll raus. Ich kann nicht Nein sagen. Doch, kannst du. Nein. Nein. Ja, aber es würde trotzdem in meinem Quest-Buch drin stehen. Hm. Pech. Wann achtest du aufs Quest? Machst du deine Hausaufgaben immer? Ja. Äh, wo ist jetzt diese... Wo ist die jetzt? Wie wär's, wenn wir da vorne mal gucken? Also... Wo der... Ja, wo kann denn so eine fette Schleimkönigin denn sein? Ich find das irgendwie ekelhaft. Schleimkönigin. Da hinten war der Weizen. Mal gucken, ob wir das Brot abbauen... Also das Weizen abbauen können. Ja, ja. Ich will die Leute aber retten. Wo sind die Leute? Alles zu seiner Zeit geht. Erstmal Brot. Okay, ich geh mal rein. No. Es geht nicht, okay. Puh. Dann mach ich seine Ernte einfach so kaputt. Aber dann sieht das nicht mehr so schön aus. Mohaha. Dann will sie ja auch. Lass Kornkreise machen. Puh, ne Höhle. Oh, da ist bestimmt der Schleim drin. Meinst du? Oh, ja. Schmeiß einfach mal. Moin. Wo bist denn du, Gate? In der Höhle, wo die Tür schon offen war. Oh, hallöchen Riesenschleim. Äh, ich hab euch verloren. Ne, ich bin hinter dir. Na, dann haben wir Gate verloren. Wieso, da wo ihr eben wart, ist ein kleines Häuschen. Da war eine schon geöffnete silberne Tür. Ah, okay. Oh, hallo Schleim. Ui. Wow. Ich hab mir die jetzt ein bisschen größer vorgestellt. Hast du nicht einen Treffen schmerzt? Ah, kann gar nichts machen, kann gar nichts machen. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kam überraschend. Ja, stimmt ja, die werden ja noch, die gehen ja noch auf. Ey, ganz schön. Und wo ist das Extrakt? Warte, vielleicht hab ich das? Ich hab's. Ich hab nur so Regenerations-Potion. Nur. Ja, ey, ey, ey. Vielleicht, ja, ja. Gut gemacht, Gate. Sehr schön. Ja, hat sich festgebockt irgendwie, ne? Und dann habt ihr mir den Kill weggenommen. Wie immer. So. Ey, du bist, du bist, du bist besser als Rainy. Hallo. Von den Punkten her. Haha. Aber nicht besser als ich. Nein, das wird sich gleich wieder erinnern. Ja, 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 du bist der beste Spieler und am Ende versagst du denn doch. Hä, ich muss mich ja opfern. Am Ende lässt du die Gruppe dann im Stich. Nee, ich, ich, ich muss mich ja opfern. Immer gut, aber wenn du nicht Erster wirst, bringt das alles nichts, ne? Du Enttäuschen! Du Enttäuschen und uns alle. Bitte schön, Rhys. So. Das war bestimmt ne Falle, jetzt geht hier alles hoch. Ist weg. Hast du's da reingelegt? Ja, ist weg. Okay, und jetzt? Vielleicht müssen wir warten, bis es ankommt. Ah. Ah. Ah, jetzt, äh, danke. Jetzt werde ich alle wieder, äh, äh, füttern können. Ach, der ist da draußen, war sowieso alles vergiftet. Hättet ihr eh nichts machen sollten. Ah. Gold Nuggets. Blacksmith Hideout. Ah. Okay. Ich hab da keine drei bekommen. Ich hab drei Gold Nuggets bekommen. Achso. Hier. Ich hab auch jetzt sechs. Okay. So, dann hab ich jetzt 15 und dann... 21. Wir haben auf jeden Fall irgendwas Neues freigeschaltet. Gut, dann könnten wir, wir könnten uns ein Diamantschwert holen. Die Gefangenen müssen im Dorf sein, weil das kommt Takeover Village und dann Lockup Prisoners. 186. Wir haben irgendwas verpasst. Okay, sollen wir mal gucken, ob da irgendwo ein Keller ist? Dann gucken wir einfach nochmal. Und dann guck ich mal die nächste Quest hier. Wir haben was Unlocked. Ähm. Wir gehen dann schon mal wieder ins Dorfgate, ne? Jo. Okay. Mach das. So. Ich guck mal was zu sagen. Das ist voll Spaß. Ja, ne? Mhm. Wollen das voll... Wie viele Adventures haben die? Fünf, ne? Vier. Vier. Oh. Ich glaub vier war das, glaub ich. Aber ich glaub da stand irgendwas noch von wegen Coming Soon. Also... Ja, Fanmade haben sie gesagt. Bringen sie jetzt auch noch rein. Bringt das hier irgendwas? Okay. Also die Häuser sehen ja recht hoch aus. Da muss man doch noch irgendwie hoch kommen oder so. Hm. Okay, ist nichts. Okay. Ich guck mal von oben. Ob wir irgendwo was übersehen haben. Hm. Das ist sehr seltsam. Wo könnten die Gefangenen sein? Schreiben sie doch nicht einfach so rein. Dass es ein Code gibt. Ich mein... Vielleicht sind die ja auch... Kommen sie später noch, aber... Irgendwie ist die Reihenfolge seltsam. Hm. Okay, ich hab's ja jetzt auf ein Haus geschafft. Und? Ja, da ist... Da sind nur leere Kisten. Aber... Vielleicht kann ich auf ein anderes Dach springen. Aber warum sollst du ein Dach einsperren? Na ja, der eben war ja auch im Dach. Ja, der war ja auf dem Dachboden noch eingesperrt. Nee, also... Ich... Denk mal, vielleicht kommen die erst später. Ja, okay. Das kann natürlich auch sein. Ist ja sowieso egal, wir haben so viel Zeug. Boah, ich... Hier... Mit deinen scheiß Flaschen umwerfen. Umweltverschmutzer. Bette ist halt. Ah, okay. Dann... Wenn's in keinem Haus ist... Wollen wir noch irgendwas tauschen oder so? Oder immer weiter? Ja. Ähm, wir können entweder ein Goldschwert holen oder ich hole noch ein bisschen Nahrung für uns so. Goldschwert? Nahrung wäre eigentlich... Diamantschwert. Ich hab noch acht Steaks. Ja, ich hab noch 23. Oh, okay. Dann ist ja genug. Hier, ich hab noch für dich hier. Okay. Was kann man denn mit den Knochen holen? Diamantschwert würde ich... Hühnchen? Hühnchen oder... Jetzt schon ein Diamantschwert? Wir können auf dem Weg ja auf einem Altar immer noch... Ich könnte mit den... Ich könnte mit den Knochen, ähm, so, äh, hier sofortige Gesundheit holen. Also auch so... Zum Werfen. Die Tränke. Soll ich ein paar kaufen? Ich hab eins zum Werfen. Ich kauf mal ein paar. Okay. So, ich hab jetzt drei Stück. Für jeden dann einmal. Oblivion. Schwert mit neun Schärfe. Das meinst du, ne? Vainy? Für dich. Danke. Hin das Visage. Ah, Visage. Wo ist Gate? Ich bin bei Veseng, wo du das Schwert kaufen wolltest. Ah, du bist schon oben. Okay. Gut, ja, dann... Komm ich da jetzt auch hin. Äh... Scheiß drauf, so. Ein bisschen Heil machen. Für alle Fälle. Achso, ne, ich dachte eigentlich, äh, hier oben im Himmel. Da wollte ich erst kaufen. Weil hier kannst du es ja auch holen. Ja? Bei Veseng gibt's ein Schwert für 16. Was hat das denn? Also, Veseng hat Oblivion mit Schärfe neun. Sein Nemesis, der Gliederfüster zwei. Bann zwei. Ja, ist dasselbe. Okay. Ich kauf dann mal eins, ne? Oder soll ich eher Rüstung kaufen? Erddemonset. Stimmt, die haben gesagt, wir sollen ein Set zusammensuchen. Immer im Set kaufen, äh, machen. Zum Beispiel Crizenblade-Set. Und dann hab ich noch Crizenblade, 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 Crizenblade. Sehr schön. Ich hab alles in einem Set. Äh, also soll ich dann jetzt einen Diamantschwert kaufen? Oh nein, ich bin so doof. Ich kaufe einfach mal eins, ne? Ich hab einen verzauberten Bogen weggemacht. Oh, ich bin so blöd. Na, was soll's? Ich wusste nicht, dass es ein normaler Bogen ist. Jaaaa, jetzt ärgert mich gerade. Okay, dann haben wir jetzt einen Diamantschwert schon mal. Zwei. Ich hab ja auch eins. Achja, was? Oh. Da war ja eins in der Kiste drin, eben. Ich hab dich doch sogar gefragt und du so, ja, ja, ja. Achso. Ja, ne, genau. Darf ich das in ihm? Äh, Geld hier? Du kriegst noch ne... Sowas krieg ich. Wurftrank. Geil. Ich bin so gut im Werfen. Ja, wenn jetzt grad eben einen einfach so weggeschmisst. Ja, ich hab mich verdrückt. Mhm. Vorhin. Das mein ich ja. So schlecht bin ich auch. Okay. Dann wollen wir? Mhm. Lulluuu. Okay. Wohin mit? Ah so ja, dann in die Berge, ne. Das ju哈哈. Das nächste... Nächste? Nächste Quest ist einfach in die Berge rein. Dahinten sieht man auch schon was. Denn ich bin über alle Berge. ich bin jetzt mal für die normal das normale schwert was auf geht wenn die holt auf ja aber jetzt habe ich gar keine chance mehr wieso du bist noch immer zweiter ich habe keine chance mehr sachen zu bekommen ihr beide guten schwert so und ich schieße ich kann die nicht erschießen und sachen nicht viel aber ihr nehmt ja dann vorsicht also ob es doch egal hauptsache jemand kriegt die seelen so ich kann man rein ich meine ich könnte ja auch nah angriff machen ich weiß ja nicht ob es durch euch durchgeht wenn ich schieße ich glaube natürlich schießen auf mich ich höre spinnen da oh mein gott mein kühlschrank geht gerade ab die sind unsichtbar oh mein gott die verfolgt dich die verfolgt dich oh mein gott das war lustig noch mehr ja hier ist nichts mehr das war es als ob gucken ob irgendwo was verwinkelt ist ich höre spinnen die stirbt gerade höh tot doofe ich möchte nein oh gate was denn was denn achso ich wollte nicht runter weil du kommst nicht mehr hoch hinter dir soll ich mal gucken ob da irgendwas ist und dann komme ich mal wieder ich denke da müssen wir runter also ja eine große mine und da ist ein lagerfeuer kommt einfach mal mit runter ist so dunkel da können wir jetzt eigentlich ein bisschen drauf schießen mhm ja aber das diamantren benutze ich jetzt eh nur für endgegner ja so ich hab noch so viele äh wir haben noch keine diamantschuhe blacksmith oh das haben wir da freigeschaltet wer will diamantschuhe haben äh diamantschuhe verzaubert ja japp äh schutz 1 gerne wenn kein anderer ja ja bitte die sind zwar ein bisschen verbraucht glaube ich aber ich weiß jetzt wo wir uns gucken mein gott ich hab für dich hier ähm oh jetzt hab ich zwei davon warte mal Niklas 1 hm hm so hm selbst das gleiche kann man nicht ok da ist ein Hebel oh hier aber warte mal blacksmith da sind noch Knochen den haben wir freigeschaltet den blacksmith mal gucken was da kommt kommt der raus oder oh oh er ist böse ok 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 ja hat viel und tschüss yay äh hat er irgendwas fallen gelassen nö nö ich nehme mal den und irgendwas gutes äh nuggets und dann noch eine so ein hier ja nuggets guck mal was hier alles voller gold ist ja ja also irgendwie aber das haben wir freigeschaltet scheinbar cool äh habt ihr die Kisten hier schon? ja gut da kann man nicht reingucken das sind Dekokisten ich lege mal den hier schade dass er tot ist tut mir so leid hm hm ok huh kommen wir hier wieder hoch hier hinten was drin ah hier geht's hier geht's weiter ok ach so ok das war nur so hier ist ein Ausgang oh holy lava holy lava ich guck noch kurz ob hier links was ist mhm nein oh ok oh schön den offiziellen Weg oder? ja oh boah ist ja alles kaputt was ist das denn ey heftig nur ich kann ihn besiegen hm 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 ach komm nicht hoch so gucken wir nochmal ein bisschen genießen hier hier ist auch noch ein Weg ne ich äh ich komm da nicht mehr Moment so tadaaa immer schön den Weg lang niemals vom Weg abweichen das haben wir schon damals in China gelernt oder einen anderen what davon bzw war das Gegner da tadaaa tadaaaaaa also noch haben wir kein Questupdate das heißt wir sollen einfach nur genießen hm 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 da vorne geht ist der doofe wie er brennt oh und tschüss äh brauche ich bis zu essen? äh nö ne ich hab 42 Stücke what Oh Gott! Ja! Au! Mann, oh, schießt mich doch nicht, ey. Okay, ne, Pfeile bleiben strecken. So. So. Boah, das ist ja ein Aufstieg. Äh, da kommt gerade eine kleine Armada. Oh! Ist da noch irgendwas? Nö. Oh, Lava. Schön, 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 schön. Dann gucken wir doch mal. Ohlala! Ich hab's noch nicht gesehen. Oh, da unten ist ein Portal. Das ist Lava. Oh, nein. Ich könnte eine Abkürzung nehmen. Ne, ich nehme mal keine Abkürzung. Das kostet sich 10. Ah, ne, dann wäre ich nicht mehr Erster. Ich werde ein Letzter. Oh. Ne, das kann mein Ego nicht verkraften. Einfach gleich weggehen, wenn man am nächsten Kampf stirbt. Oh, holy! Geht mal ein bisschen näher an das Portal. Ja, okay. Tada! Okay, ich lese durch. Wo seid ihr auch da oben? Fünf haben wir fertig, also kommt jetzt sechs. Ach, das seid ihr gar nicht. Dina Bone. Wir stehen hier, hier. Hat Experimenter gemacht. Töte, finde die Arena und besiege die Experimenter. Oh mein Gott, warte mal. Bringt die mal nicht um, bringt die mal nicht um. Warum nicht? Durch das iPodotex schon ein Paket hatte, bei mir eine Sonnenbrille auf. Okay, jetzt geht's. Ja. Ja, das hat mir jetzt voll was gebracht, weil ich halb gestorben bin. Töte ihn! Welcome to my new home. Na, wunderschön, ich mag wie du einrichtest. Willst du ein Stück Fleisch, dann kannst du dich wieder hochregen. Ich hab schon Fleisch. Mhm. Wow. Das mit der Kette sieht ganz cool aus. Ja. Ach, das ist eine Brücke. Oder Angeber. Cool. Ah. Warum sind die so groß? Er hat einen Diamantsch. Was sind andere? Hat's gerade gedonnert? Äh, Rainy fehlt. Rainy ist tot? Mhm. Oh. Ich hab gesagt, ich muss mich noch hochheilen. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, ich bin noch dabei. Nein, aber warum hast du gekämpft? Ich hab nicht gekämpft. Ach so. Ich hab da einfach nur rum. Wie bist du gestorben? Komm. Ich bin nicht gestorben. Nein, es ist keiner gestorben. Ach so. Ich dachte, jetzt wär's gestorben, weil's so gedonnert hat. Ich hau die ganze Zeit nur... So, und? Ah, hier ist wieder so ein Heaven Shop. Hier ist gar nichts. Dann kann man in den ganzen Scheißsachen hier reintun. Ja, ich leg ja mal so. Na, 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 na. Da kommen zwei Hosen von's... Ah nee, das sind gar keine. Ich dachte, das wären nur Hosen von's zuweilen. Ja, das sah gerade so aus. So, wir kämen dann nicht so hoch. Oh, soll ich mal... Ich tue hier mal die Sachen rein zum, äh... Ich hab Kohle. ...knochen und sowas, okay? Ah nee, geht ja gar nicht. Warte. Schon gut. Ist erledigt. Bei der ist, warte hier. Ist das unsere Kiste oder seht ihr die gar nicht? Äh, nee, nee. Die ist, glaub ich, für jeden einzelnen. Ja. Hinter dir bei der ist. So, ok. Ok. Richtig. Einfach. Nein, nein, nein. Nein, oh nein. Das erinnert mich an irgendein etwas. Hä, wo kommen wir denn hier hoch? Ah da. Hä? Wir kommen nicht hoch. Gagel spring auch mal in die Lava. Was macht ihr denn? Natürlich kommen wir hier hoch. Gagel. Also irgendwie... Oh. Okay. Da vorne. Da, da hat er den Hügel hoch. Das ist ja blöd. Achso, hier ist auch extra so ein kleiner Weg. Wie süß. Was für ein... Hä, das ist echt ein bisschen... Naja, wir haben es geschafft. Was soll's? Das soll eine Säule darstellen, die umgekippt ist. Ah. Das ist schön. Wenn ihr tötet, ich gehe vorbei einfach. Das war witzig. So. Jetzt bin ich... Oh. Ja, komm doch hoch. Ja, komm doch hoch. Ja, komm doch hoch. Wo ist er? Wir müssen runter. Ja, ich. So. Warum kriegen wir nicht seine Sachen eigentlich? Naja, was soll's? Ja, ne? Finde ich sehr seltsam. Hier kann man nicht weiter. Also müssen wir da. Warum bringt er uns nicht einfach um? Warum sind Bösewichte immer so dumm? Warum bringt er zuerst ja eine ganze Leute, die uns stärker machen? Wo sollen sie denn sonst die ganze Geld hinstecken, wenn ich in so gemeine Fall... Sie bringen mal Leute, die uns stärker machen. Also sie hätten... Ah. Oh mein Gott. Was? Oh, ey. Ich habe mich gerade vielleicht erschrocken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah. Cool gemacht. Muss man ja mal sagen. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Wollte unbedingt, aber... Wähen. Hallo, ich sterb schon wieder gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, der hatte Gold. Können wir uns bitte mal hochrecken? Ja, ich habe nur noch... Ich habe nur noch ein Herz. Hier, die kämpfen. Ich kämpfe doch auch. Ja, ja. Ich habe gerade ganz viele umgebracht. Mhm. Ach ne, jetzt habe ich... Hoffentlich finden wir gleich eine Endertruhe. Meine Rüstung ist gleich kaputt. Ich habe noch Rüstung. Oh, ich habe auch noch Rüstung. Dann nehme ich die gerne. Warte. Hier. Und... Hier. Äh, ja. Hosen nicht. Achso, verzauberte. Dachte ich nur. Die anderen habe ich alle in die Enden der Truhe reingetan. Irgendwas dabei, was du noch brauchst? Äh, das brauche ich nicht. Danke. Okay. Das ist ordentlich. Jetzt bringen wir Dina Bono. Go. Obwohl... Nein, nein, nein. Heil. Ja. Schön. Gucken wir uns ein bisschen rum. Habt ihr eure Tränke schon benutzt, oder? Nö. Okay. Mach ich, vergesse ich immer. Braucht man ja eigentlich auch nicht. Seine wollen wir unsere Seelen mal benutzen. Aber wir kriegen gleich wieder ganz viele Seelen. Seelen! So, wollen wir? Dina Bono. Okay. Start rauf. Entschuldigung, wir werden da rein teleportiert, oder? Ja. Ja. Da oben sie! Oh, oh! Oh mein Gott, was hat die denn für eine... Huut! Die hat nen' Huut. Ha. Ha, 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 ha. Wollt ihr mal Ex-Momente sehn? Oh mein Gott, das ist bestimmt so ne Ex-Momente sehn? Oh mein Gott, das ist bestimmt so ne Ex-zibitionistin. Fällt ab! Hello there, humans. Do you want to see my face me already? Beautiful experimentation. I present to you my first creation. Very good, grab a Rubin. Musmarakte, cool. Oh, and she is secured. Oh, damn. Billige Kuh. Hat jemand einen Key? Experimental Crystal. Yeah, he must Rainy. Where must he? Key 1, probably. Crystal 1. The next one we will do with a sword. What? Oh shit. Oh my god. Oh my god. Das ist ja cool gemacht. Okay, ich bin gleich tot. Ich hab dir einen Heiltrank. Oh, wie cool. Das sieht lustig aus. Oh nein, jetzt rennt die Schmerzen. Das kleine Viech, ey. Ist das eklig. Das ist wie so ein kleines nacktes Kind. Ich hab Key 2. Warte mal bis wir ein bisschen leben. Ja, ich ess meine Kartoffel. Ja, ich ess meine Kartoffel. Ja, ich ess meine Kartoffel. Okay. Okay, na dann. Das war ja seltsam. Dass man so was mit Minecraft machen kann. Dass man so lange warten muss. Oh, oh mein Gott. Was, 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 was. Okay. Diese Frau ist krank. Man kann die auch von oben töten. Ich töte sie mal von oben. Das ist ja lustig. Wenn wir den irgendwie, ja. Das erinnert mich in Spanien da. Da bauen, da machen die ja immer diese Menschenpyramiden. Viel Essen. Nee, nur drei. Schade. Jemand, äh, Key 3? Ich hab ihn. Okay. So. Okay. Meine Experimente. Meine Kinder. Komm runter und füge mich. So. Das ist ein Fall. Ich steh. Oh, dumme Kuh wieder. Oh, dumme Kuh wieder. Yay. Bam. Ja, wir können jetzt in den Himmel gehen. Komm wieder raus. Wir haben, äh, noch ein Deathwind. Oh. Ganz viele Goldnuggets. Deathwind will ich jetzt haben. Yay. Da ist noch ein Goldnugget für dich. Danke. Ich hab mal. Jo, 16 Stück. Das heißt, wir können Geld gleich... Oh, Geld hat jetzt auch ein Dia-Schwert. Okay. Dann können wir sogar Rüstung jetzt kaufen. Oh, wir können uns hoch auf das Luftschiff teleportieren. Oh mein Gott, wie cool. Sollen wir dich noch ein bisschen... Ah nee, man kommt hier nicht weg. Okay, dann aufs Luftschiff.